Ich wollte es tatsächlich. Sehr gut. Ey, hau auf damit. Ey. So, dann haben wir sie drei hoch. 19,45 Glas. Jetzt muss ich mir das irgendwo aufschreiben. Mach das. Ich bin gerade beim Bett. Wenn du auch so in der Nähe bist, dann sag Bescheid. Ja. Okay. Sehr gut. Klappt doch. 36 Seared Bricks. 32 habe ich. Und mein Glas. Also mit einem Steck Sand dürfte ich hinkommen. Sehr gut. Ach, da drüben haben wir ja schon mal Sand. Yay. 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 cupvoll vivier. Gut. 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 Eise, ich hab eise gefunden. Juhu. Yay. Yay, aber wirklich yay. So, ein Steck-Sand ist voll. Das hat sich auch richtig gelohnt. Dann muss ich meine Stencil-Tables machen und dann muss ich meine Schablonen machen und dann muss ich aus den Schablonen Steinvorlagen machen und dann brauche ich Gold. Scheiße, ich hab noch kein Gold. Ich bin erstmal froh, wenn ich hier irgendwie mal eine Höhle finde jetzt. Eine ordentliche. Ach, gehen wir genau gerade nochmal in die Höhle runter. Da war ja noch so viel, was ich noch mitnehmen wollte. Sehr gut. Jetzt werde ich aber doch hier lang und dann einfach... Ach cool, ich kann auch hier oben rumlaufen. Yay. Äh, ich komm nur nicht runter. Ab in Wasserfall. Flup, flup, flup. Flup, flup, flup. Ja, das ist wie so'n Aufzug, das ist voll cool. Ja, das stimmt. Ach, jetzt komm ich da nicht hoch, lol. So, alles wird abdrückt. Oh, drüber weggesprungen. Ich bin auch voll der Otto. Oh nein. Nein, bist du nicht. Oh doch. Ach, was. Oh doch. Na gut. Ach so. War hier jetzt nicht noch irgendwo... Ne, das ist erst ein Stück weiter hinten gewesen. Wo noch voll die Materialien waren. Genau. Ich hab zwar noch keinen blassen Schimmer, wofür wir die Shards brauchen, aber ich lass die hier nicht liegen. Ne, das ist richtig so. So, zack, zack, zack. Ich bin auch voll der Held. Ja? Warum? Ich geh wieder in die Mine runter und vergesst, Fackern zu machen. Ja, das, äh, kenn ich. Hätte von mir sein können. Ich mein, ich benutze die ja eh so gut wie nie, aber trotzdem. Okay, ich hab's sind ja jetzt gefunden. Sehr schön, davon hab ich schon ganz viel. Ey, 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 ey. Ja, ich muss jetzt erst mal wieder zurück gehen, ja. Jey, Quatsch, Jan, das sieht so hübsch aus. Ja. Jo. So. Hey, ich wusste, dass das schief geht. Und ich habe es trotzdem getan. Ja, schön. Ich sehe gerade deine Höhle, ich bin voll neidisch. Geronimo! Ja, ich wollte eigentlich auf die andere Seite rüberspringen, aber ich wusste, dass ich zu kurz dafür bin. Aber egal, es hat ja trotzdem nichts geschadet. Richtig. Okay. Okay. so sei es könnte ja wie ich guck mal ob der baum inzwischen gewachsen ist nicht so wirklich ist doof aber tier habe ich hier ganz schön viele richtig viele tiere so ich nehme jetzt meine ausbeute erst mal mit und gehe wieder richtung ausgang macht das ach ja ich habe ja die lava weggemacht das kann ich ja auch hier das ist das die schwarze noch mitnehmen juhu ich bin ich bin so ein doof depp ich habe ja sogar noch eisenspitzhacken ein stück naja gut so bevor ich verhunger sollte ich echt langsam wieder zurück hast du gerade ein grab geschändet ja es war meins wie kannst du nur dein grab schänden naja ich nehme einfach eine hacke und mach das da weg ja aber dann ist es auch einfach weg man kann das ja nicht wieder mitnehmen und umbauen zu einem friedhof das stimmt das war ja ein schandfleck da mein grab mein grab davon gibt es mit sicherheit noch mehr eins steht hier bei mir ja auch noch deine metalle und alles drin ja ist mir scheißegal denn hier komme ich erst mal nicht ach toll jetzt habe ich so einen hässlichen limestone auch noch dabei das sehe ich nicht ein und ihr normalen geht zu kommen erst mal jetzt hat er angst ja war ja auch entfernen was ist ja schon eisenschwert und also ein scheiß ich hatte noch gar nicht so viel hatte ich noch gar nicht ja aber immerhin ein eisenschwert und ich hatte noch nischt ah guck mal hier und ich werde beinahe in die lava gesprungen naja sehr sehr clever ja aber echte so 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 aber so so So, und das letzte Seared Glas ist drin. So, habe ich noch, perfekt, noch genau drei Eisen, Ingots. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach lol, das ist ja fließende Lava, da kann ich ja keine Lava holen. Wo bekomme ich jetzt Lava her? Sehr gute Frage. Ich muss mal was essen. Das heißt, ich muss mich in der Höhle nach unten rütteln und Lava suchen. Ich habe hier Lava. Volle Lavasee. Was ist schon so weit? Wenn ich gerade zubaue. Oh, der Lied nervt. Ja, ist schon besser. Ja, irgendwie wächst der Scheiß hier nicht. Das ist alles mit Absicht. Hm, hm, hm. Jetzt renne ich da schon wieder ohne Fackeln runter und der neue Spitzhack ist, sollte ich mir vielleicht auch noch eine zweite mitnehmen auf Reserve. Das kenne ich, manchmal so total verpeilt zu sein und so. Ja, aber so komplett. So wirklich komplett. Ja. Oder einfach nur mal doof rumzustehen und sich fragen, hä, was wollte ich jetzt eigentlich tun? Irgendwas wollte ich gerade, ja. So, ich nehme jetzt ein paar Steinspitzhacken mit und hebe mir die Eisenspitzhacke für gut auf. Mach das. Was wollte ich noch fackeln, genau. Fackeln wollte ich noch.